Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe den Räder gebraucht. dahinter steht neu und das rote ist auch gebraucht was suchst du denn? ja, es braucht nur ein bisschen mehr Auswahl also so ein Prinzip Trekking-Bike aber ja, ist noch gut naja, so 250 Räder haben wir noch unten stehen aber ein Trekking-Rack haben wir nur sehr gute noch da von Kubahara kosten 600 Euro gebraucht ansonsten, das günstige ist halt ja, das ist immerhin nicht so einfach meins wurde nämlich gerade geklaut aber ich habe einen günstigen City-Star Alu-City-Rex-Star keine Ahnung, irgendwie so heißt das halt gerade die 7 Friedelsstraße 26 bei dem Tröller gegenüber von Fräulein Frost doch der, ja das wird geklaut, oder? nee, das wird definitiv nicht ich kenne den Trömer da kann ich ja mal vorbeigehen der hat es da, oder was? stand eben oder? ich war eben noch da ich bin auf dem Weg, okay danke, ja bitte, probier es mal bei mir auch, bitte bei den anderen auch, bitte danke, danke weißt du denn, hast du schon? was sagst du denn? irgendwas nicht mitgefliegt? ist zu teuer ja, aber zu teuer jetzt zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer nein, nix nachkaufen, nein der will immer nur kuchen, kuchen, kuchen mal weg, gucken, kuchen, 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 kuchen du mal 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 bump, 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 bump mal weg, bump scheiße ich will ein Stück Pizza haben Ich will ein Stück Pizza haben, ein Stück Pizza aufgetreten, hätte ja ein Stück. Ich finde das kurios, weil die sind ja eigentlich, es gehört sich das ja nicht in den Glauben. So rumzulaufen. Ein T-Shirt. 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 Wie spät ist denn? Um 1,3. Um 3. Ich bin schon erst so spät, äh, so früh? Nein, es ist um zu verleihen. Ohrfleisch, frei. Es ist mir ein, der Leid. Bitte, 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 bitte. Okay. Das war's für heute. Nein, nein, nein. Das ist aber auch was ihr meint. Hinn, hey. Sag mal, was du kannst, BMX Profi. So eine Dinger hoch und so wieder runter. Ungefähr so, ja? Na ja, Rampe ist Rampe. Moin. Moin. Hallo. Na, Wahnsinn. Ja, aus New York, fresh. Fresh from New York. Die Bremse. Ja. hatten wir nicht massig massig kann mich daran erinnern unendlich von den mountainbike mountainbike bmx guck jetzt zeigt er was der bmx profi kann der alte mann der alte mann immerhin immerhin mann was denn mann ja nix mann mann baa 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 ein rad das ist dann tauglich vorne ich habe das nicht ein neuer aber selbst wenn dann ist es halt so dann kann ich mir endlich wieder eins mit autoventil holen ich glaube weil normales ventil geht mir auf den sack da kommt auch wieder ein sportmodell mit schwimmhilfen kann auch nicht laufen entschuldige ja gibt es aber schon seitdem sie zwölf ist wir brauchen keine 13 minuten ich laufe doch das hat sie gesagt weil du hier standst ey mann ist ich bin es auch nicht die geht garantiert nicht unter da ist immer so ein rettungsballon oben einer mindestens einer wenn der eine geflutet ist der andere noch da oh gottes willen oh herrgott kommt doch einer ins netz muss das baby kommen und wieder leersaugen ach komm jetzt wieder ein baby hallo hallo wie kann ich mehr ich fahr mit neckermann am leckerlangen jetzt mal ein anderer rad hoch holen das 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 teilrad stimmt das ist eigentlich was für ihn schwimmhilfen überall schwimmhilfen ich werde verrückt hier Guten Tag. Wissen Sie, wie die Krankheit heißt, von der Schrei-Marm-Soldat hier? Wer? Na, die ja umkriegt. Ja, was ist mit der? Wie die Krankheit heißt, wisst du das? Heute Abend kommt ein dicker Film über die ganze Kacke. Über sie? Nicht über sie, einer aus Soltau. Aber mit 42 kriegst du einen Job, aber denselbe, selbe Theater. Schizophrenie? Nein. Tourette-Syndrom heißt das. Ach, Quatsch. Das ist, nein. Aber weißt du nicht? Das weiß ich. Das ist kein Tourette. Das weiß ich. Das weiß ich. So steht es aber beschrieben, ich finde, ich kicke mir das auch nicht an, aber so steht es aber beschrieben in der Zeitung als laut, als beleidigend, überheblich und schreit rum. Nein, nein, nee, das ist was anderes bei ihr. Na, wie heißt denn das? Wie ist denn nun das? Ja, mit anderen, was anderen? Schizophrenie. 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 Sch***. Das ist doch was für eine Anstalt, wa? Ja. Tourette ist ja nicht für die Anstalt, dafür kennen wir ihn. Das sind Ticks, das sind Aussetzer an mir. Aber so hört sich das bei dir auch an. Nein. Ist es aber...